Wer kennt das nicht? Jetzt habe ich mir ein schönes Sofa rausgesucht in irgendeinem schönen Polsterstoff. Jetzt fehlt mir natürlich die Wandfarbe da dazu. Und das ist ein ganz großes Thema bei uns, dass wir die Wandfarbe mit einfließen lassen, auch im Hinblick auf die Komplettplanung. Für ein tolles Wohnkonzept und Farbkonzept ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Originale zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ich mir ein Sofa rausgesucht habe mit einem schönen Bezugsstoff, mit einer schönen Haptik, dass ich das im Original habe, wenn man tatsächlich etwas Mut zur Farbe hat und nicht nur weiße Wände daheim besitzen möchte, dann haben wir hier die Möglichkeit, mit handgestrichenen Mustern zu arbeiten. Die haben wir von einem neuen Lieferant, der in Deutschland produziert und auch sehr groß auf Nachhaltigkeit setzt. Und ja, wenn man das alles hier zusammenstellt, ist natürlich auch noch sehr interessant, was hat der Kunde für einen Fußbodenbelag, wie sind die Lichtverhältnisse, habe ich noch irgendwelche andere Farbaspekte, Bilder etc. Dass man das wirklich alles schön zusammenstellt, dann sieht der Kunde, was wirklich auch hinzukommt. Wir können das anhand von unserem Computer auch dementsprechend einsetzen und dann hat man einfach so ein räumliches Gefühl und sieht es im Ganzen mal. Was die Vorstellungsthematik auf jeden Fall deutlich vereinfacht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Möbelhaus sich so intensiv mit Farbkonzepten auseinandersetzt, wie wir das gerne machen. Aber unser Anspruch ist einfach, dass ihr euch wohlfühlt zu Hause, dass das alles harmonisch aufeinander abgestimmt ist. Also wenn bei euch Interesse geweckt ist, dann sprecht uns einfach an oder kommt vorbei. Wir würden uns ganz stark darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.